Hallo Freunde, heute mal wieder Start im Pilgerweg-Auswahl-Bildschirm, denn ich wollte euch mal zeigen, dass wir bei 89% des Spiels sind. So, wir sind in Mauern der Heiligen Untersagung. Ich weiß es nicht mehr haben, sind wir gestorben, nachdem wir unseren Kelch zum Teil gefüllt haben? Ich glaube nicht, ne? Hier unten war der Gegner. Könnten wir nämlich jetzt eigentlich mal eben die Kelch-Quest machen, bevor wir hier weitermachen. Dafür müsste ich... Könnte mal eigentlich versuchen. Machen wir. Das war ein Geräusch gerade... Was ist das für ein Geräusch? Ich habe doch alles zugemacht. Ja, was soll's. Passt doch schön. Du könntest mal was über deinen Popo legen. Das ist ja... Der ist ja total blank. Nicht schön. Denn... Hm, ihr habt euch das bei dem Quest vielleicht schon gedacht. Es leuchtet sich natürlich so, dass wir die drei Gegner, die auf den Bildern abgebildet waren, am Stück töten müssen. Und dann mit dem Kelch dorthin zurück, wo wir den Kelch bekommen haben. Ohne... Jetzt kommen die Bedingungen. Jetzt kommen die Bedingungen. Wir dürfen nicht sterben. Und... Wir dürfen nicht teleportieren. Au. 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 Ich muss mal gerade gucken, ob ich da am dümmsten hinkomme. Ja, das sollte eigentlich ganz okay sein. Hier war ein Boden. Ja, mhm, mhm, mhm. Genau. So, wir müssen zum Zweiten. Ich darf übrigens zwischendurch speichern. Das hilft mir aber nicht viel, weil sobald ich sterbe, ist das Quest beendet. Der Kelch ist wieder leer. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal den Weg zu den... Das ist doch unfair. Das war... Gott sei Dank ist hier jetzt kein Stachelboden gewesen. Sonst wäre ich jetzt, glaube ich, ausgedeckt. Einmal heilen. So, ich muss als nächstes hier runter in die schlafenden Leinwände. Gehen wir jetzt hier runter und dann links und dann da runter. Okay, okay. Ich muss mich jetzt also so ein bisschen... Muss ich jetzt vorsichtig sein. Und dann sprach er und sprang in die Glocke. Ich versuche das jetzt mal durchzuziehen, ohne zu sterbseln. Partio der leisen Schritte. Und jetzt gehen wir hier... Ah. Ah, diese Instant-Death-Stacheln. Ui, ui, ui. Womit hat der mich denn jetzt getroffen? Willst du mich verarschen? So, hier unten hatten wir doch sogar auch was zum Auffüllen unseres... Ui. Zum Auffüllen des einen Kelligs, den wir noch haben. Hm. Ja, ich habe noch genug Heilung. Ich speichere jetzt mal nicht. Scheiße. Falscher Raum. Ich muss rechts raus und dann runter. Ich wusste doch, dass dieser Giftraum, dass ich da nur einmal hin musste. Das war der, wo diese fürchterlich vielen Gegner waren. Ihr könnt euch sicherlich erinnern. Ähm, ich muss da runter und dann rechts. Ja, ja, ja. Aber erst gehen wir nochmal hier rein. Wir haben noch ein Galle-Gefäß aufzufüllen. Ich hoffe, wir sind nicht gestorben am Ende der letzten Aufnahme. Oder nachdem wir den Minutauren da oben getötet haben. Ich kann mich nicht entsinnen. Das Schöne hier dran ist... Oi. Lebensbrunnen. Wir haben ein Achievement. Hatte ich in meinem letzten Run nicht alle... Hä? Ich hatte doch in meinem letzten Run schon alle von den... Von den Galle-Gefäßen. Mission Achievement. Nur nehmen wir mit, ne? Okay. Jetzt springt er wieder hoch. Hm. Wir sind hier. Ich will also nach links und dann nach unten. Versuche... Wir müssen natürlich da unten in diesen Bereich mit den Gemälden... Ihr könnt euch erinnern an meinem Gerage. Bei den Instant-Death-Stacheln. Aber da müssen wir, glaube ich, nicht hin. Ich überlege jetzt... Entschuldigt, wenn ich so ein bisschen abgelenkt wirke. Aber ich überlege gerade, wie wir den Weg jetzt am besten gehen. Aber das dürfte... Ab hier... Müsste das eigentlich alles halbwegs machbar sein. So. Der zweite Gegner, den wir brauchen, ist nämlich... Ihr... Unser Freund hier. Genau. Der Kelch der umgekehrten Ferse wurde zum Teil gefüllt. Jetzt möchte ich bei dem dritten Gegner, den wir töten müssen, gerne hören... Dass der Kelch voll gefüllt ist. Und ansonsten ist die Quest hinfällig. Aber wir werden es dann feststellen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich gucke es mir jetzt auch nicht mehr an. Müsste jetzt mit durch. Ansonsten mache ich die Quest vielleicht und... Das ist der, den es nicht wirklich interessiert. Ob wir entschlagen oder nicht. Ey, der war tot. Da durfte kein Laser mehr rauskommen. Voll gecheatet. So. Wir nehmen jetzt hier oben den Weg wieder hoch. Gehen in das Patio zurück. Der war ja nicht so schwer, der Weg. Dann gehen wir durchs Patio nach links und müssen in ein relativ frühes Gebiet. Deswegen ist es eh gut, dass wir oben den... Den Typi... In den... Zellengebieten... Wo muss ich lang? Da hoch und dann rechts. Dass wir den Typi in den Zellengebieten... So früh gemacht haben, da wo die Todesstacheln sind. Dann müssen wir uns damit nämlich schon mal nicht mehr rumschlagen. Jetzt hier rechts und dann hoch. Auch hier müssen wir wieder hoch. Zwischendurch sollte ich zwingend und dringend heilen. Sonst vergesse ich das wieder. Zwei. Wir haben zehn Heilfläschchen, ne? Kann das sein? Jo, tatsächlich. Schön. Freut mich. Nein, ich speichere jetzt hier nicht. Wobei es eigentlich Sinn machen würde, hier zu speichern. Weil dann könnten wir da unten wieder anfangen. Aber... Uiuiui. Nicht... Nicht... Nicht hektisch werden jetzt. Okay? Nicht hektisch werden. Konzentrier dich. Bisschen. 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 Sicht. Nicht tot, ne? Jetzt ist der tot. Da ist noch einer. Jetzt ist er auch tot. So, ein bisschen konzentrieren. Vorsichtig sein. Wir müssen noch durch das Patio. Und im Patio gibt es noch eine ganze Menge Todesstacheln. Und das war schon wieder viel zu hektisch gespielt. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Aber alles gut. Hier oben, den haben wir eben platt gemacht. Das ist der Vorteil, wenn man mich auch nicht speichert. Dann bleiben die Gegner natürlich auch tot. Okay, okay, okay. Ganz entspannt bleiben jetzt. So, hier unten gab es nämlich auch... Seht ihr, da geht es schon los. Ich gehe lieber oben lang. Aber dann sehe ich nichts. Ich gehe lieber unten lang. Uiui. Geschafft. Und noch mehr Todesstacheln. Hier oben waren wir schon. Da unten ist der. Das kracht auch zusammen. Okay, der hat sich selbst gerichtet. Das ist gut. Hier gehe ich wirklich oben lang. Dieser Typ ist schnell erledigt. Okay. Okay, ganz entspannt bleiben jetzt. Hier rüber. Da ist es sicher. Ja. So, die Todesstacheln haben wir geschafft. Jetzt diese hier. Okay. Der ist hin. Ich bin mal ein bisschen konzentriert gerade. Entschuldigt. Wenn ich jetzt nicht so eloquent und geistreich rede wie sonst. Ey, was ist denn hier los? Geh mal weg da. So. Wir müssen. Dort durch. Durch die Ödnis der begrabenen Kirche. Das ist der einfachste Weg. Machen wir. Hier sollte uns gegnertechnisch nicht mehr allzu viel passieren. Ich muss wirklich nur auf die Instant Death Spikes aufpassen. Das ist das Einzige, was uns jetzt eigentlich noch aufhalten kann. Glaube ich. Wir werden es sehen. Ich versuche mich einfach zu konsensieren. Das schaffen wir. Denn die Belohnung dafür will ich unbedingt haben. Auch gerne unbedingt noch vor dem nächsten Boss, den wir besiegen müssen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von diesen Steinwurfgegnern in die Instant Death Spikes reingeschmissen werden. Mein Pop-Schutz wieder waschen, wenn ich hier fertig bin. Death Spikes. Jetzt durch. Die nackigen Frauen mit ihren Statuen. Hey, zwei Schläge habe ich gedacht. Ja, kommt bestimmt. Die brauchen nur noch einen, seht ihr? Oh, hau. Ne? Musst schon treffen. Also wenn gar nichts. So, nackige Lady. Drei Schläge. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. So, jetzt sind wir hier. Wir gehen oben lang. Oben ist sicherer. Glaube ich. Hey, ich hau doch von unten. Da seht ihr so viel zum Thema. Oben ist sicherer. Ganz entspannt. Der dritte Gegner fehlt noch. Der war nämlich bei den Bergen hinten. Ich glaube, mein Hundchen träumt hier hinter mir. Das ist nämlich kein Bell. Das ist so dieses Räumen, weißt du? Der schläft tief und fest und macht... Wuff, wuff, wuff. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Early, die liegt gar nicht mehr so gerne bei mir irgendwie. Die liegt immer drüben im Wohnzimmer. Vielleicht mal gucken, wo die überhaupt ist. Hm. Aber der Kleine, der ist immer bei mir. Keine Angstschisser. So. Wir müssen nach unten und dann nach rechts. Dann nach unten und nach links. Und dann müssen wir... Ich darf nicht vergessen. Das muss ich jetzt unbedingt gleich machen. Sonst vergesse ich es nämlich tatsächlich. Sympf und Marschlande brauchen wir nicht. Wir brauchen die Abgrundruhe. Damit wir nicht sterben, wenn wir in irgendeinen Abgrund reinfallen. Hätte ich vielleicht auch vorher schon anziehen können. Aber ich habe nicht dran gedacht. So. Haben wir denn noch Körperteile gefunden? Ja, im Knast gab es doch ganz viele, ne? Können wir mal schauen. Da haben wir das schon gemacht. Ne, ne? Vier Stück haben wir bekommen. Dann fehlen jetzt noch eins da oben. Hier fehlt eins. Da fehlt eins. Sind drei. Und hier fehlt eins. Sind vier Stück fehlen uns noch. Ne? Da sind wir doch da auch schon ganz gut dabei. So. Jetzt hier nach rechts. Und dann. So. Kurz auf Karte. Hier nach unten. Und dann gleich nach links. Und da ist wieder dieser Kartenfehler, ne? Da sind wir mehrfach schon durchgegangen. Mit Sicherheit. Aber die Karte wird nicht aufgedeckt. So. Hier runter. Und dann nach links. Hopp. So. Jetzt muss gleich bei dem Gegner erscheinen, dass der Kelch da voll gefüllt ist. Gänzlich gefüllt. Das ist das, was ich sehen wollte. So. Jetzt hier nach rechts wieder. Und dann runter. Sind die Kleinen? Die schießen noch nicht. Zack. Ui. Der hat aber geschießt. So. Das jetzt noch schaffen. Das wäre mir ja ein inneres Volksfest. Au. Wo kommt der denn her? War der schon da? Habe ich überhaupt nicht gesehen. So. Jetzt hier lang. Jetzt machen wir es uns einfach nochmal. Ich prüfe nochmal zur Sicherheit. Ich habe das Laken aus goldenem Garn. Als Geschenk eines Erstgeborenen erlaubt es dem Büser in die tiefsten Abgründe hinabzusteigen. Es ist nicht aktiviert. Seht ihr? Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Jetzt ist es aktiviert. Wir haben die Wurzeln. Wir haben die Plattformen und wir haben die Abgrundruh. Hier wollte ich nicht hin, sondern da. Die Spannung steigt. Da seht ihr nochmal die drei Bilder von den Gegnern. Oh Gott sei Dank. Denn hier gibt es ja den letzten Mea Kulpa-Schein. Jetzt haben wir sozusagen das stärkste Schwert im Spiel. Jetzt können wir hier unten das freischalten. Das blutende Mirakel. Der Höhepunkt der Technik des Wirkens von gesegnetem Blut. Nach der Auslösung bewirkt das Geschoss eine heilige Explosion am äußersten Punkt seiner Flugbahn. Und damit zusätzlichen Schaden. Verbraucht in Brunst ein mächtig starker Fernangriff für 20.000. Und für 15.000 kriegen wir das noch. Und dann ist unser Mea Kulpa-Schwert vollständig ausgerüstet. Und jetzt, da ich nicht gespeichert habe, mache ich mal etwas ganz frivoles. Aber wenn ich nicht gespeichert habe, behalte ich dann die Sachen trotzdem, wenn ich jetzt auslogge. Funktioniert das so? Mit dem Quit, Save Quit? Verlassen, Spieloption. Ich traue mich jetzt nicht so richtig, sonst muss ich das nochmal machen. Na komm, wir laufen das Stück. Ist ja nicht weit. Jetzt kann ich auch ruhig sterben. Ich könnte mich natürlich auch einfach sterben lassen jetzt. Dann am Schreien. Ja, wenn ich sterbe, dann ist hier wieder unser Gehegel, wisst ihr? Das macht nichts. Es kommt noch eine von den Statuen. Ja, komm. Wir machen das mal. Ja, es ist immer so schwierig. Und hopp. Und? Wir sind hier oben. Und wir haben alles dabei, was wir eben auch hatten. Gut, dann können wir jetzt hier weitermachen. Jetzt seht ihr nur wieder das Gekrissel oben, aber es kommt wie gesagt noch eine Statue. Die Gegner hier sind natürlich alle wieder da. Wir haben hier auf der Seite, haben wir gesagt, alles schon aufgedeckt. War hier links noch was, was uns interessiert? Oder hatten wir das? Ah, hier war die Abkürzung. Genau, die können wir ja gleich gehen. Mit ihmchen hatten wir gesprochen und dann geht es hier links weiter. Oben kommen wir noch nicht lang. So. Schön. Schon sind wir wieder im Regelgeschäft. Reinig so. Reinig so. Ja, der Gek ist blöd. Ich war... So, Mr. Feitschengesicht. Ach, da kommt so einer runtergefahren. Ich dachte, jetzt passiert was Schlimmes. Wir wissen ja schon, dass wir ihn mit einer Komplett-Kombo direkt zersmashen können. Schön, ja. Es sah so aus, als wäre da ein Geheimnis. Komisch. Hier. Was seid ihr so blöd? Mann, nee. Oder ich? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ist er hier aufgesprungen, wie von der Tarantel gestochen? Ich gucke mal kurz aus dem Fenster, ob da jemand in die Buch kommt. Nee. Sitze hier nämlich direkt neben dem Fenster. Damit ich wenigstens ein bisschen Tageslicht abkriege, so ab und zu. Das Licht widerlich. Und wir nutzen den Schlüssel des Inquisitors. Gut, dass wir den gekauft haben. Jetzt kommt wieder das Gehispere. Was ist das? Das Fingerglied von Zed, dem Gefangenen. Zed, Orsica, wurde zu lebenslanger Einzelhaft verurteilt. Er murmelte unablässig von Stimmen, die er in seinem Kopf hört. Vielleicht war es eine jener Stimmen, die ihm in den Freitod zieht. Jetzt fehlen noch drei, sozusagen. Mir fehlt auch immer noch die Kniescheibe. Kann das sein? Ich glaube, ich habe immer noch nicht die Kniescheibe. Ich dachte jetzt eigentlich auch, dass ich dort rauskomme. Seht ihr da? Ein bisschen Angst, weil der nächste Boss steht bevor. Aber ich habe ja vor jedem... Ei. Jetzt kommt er wieder hergelaufen. Verdeckt sich unter meinem Schreibtisch. Jetzt geht es hier hoch. Gleich geht das los hier. War nicht da. Okay. Du bist da. Du bist auch da. Das ist aber schön. Aua. Ah, da unten ist was zum Öffnen. Dann komme ich bestimmt jetzt hier durch dahin, um das zu öffnen. Verwendet Schlüssel des Scheibers. Wir haben ja alle Schlüssel, ne? Das dürfte ja jetzt nicht das Problem sein. Ich habe gerade erst mal suchen müssen, wo ich bin. Hier irgendwelche Geheimheiten? Zehn. Fünf. Sechs. Und toll. So auf. Und jetzt können wir bestimmt hier das Gatter öffnen. Ja, das können wir. Kaltchen, du brauchst jetzt nicht aus dem Fenster gucken. Da ist nichts. Ich bin da und passe auf. Du musst nichts regeln hier. Gotti macht das alles. Ja, entspann dich ein bisschen. So. Oh, oh, oh. Nächster Boss. Oh, oh, oh. Namen habt ihr schon gehört. In der letzten Folge haben wir ihn ein paar Mal gelesen. Desjenigen, der uns dort erwarten tut. Hier war jetzt, glaube ich, hier oben ist das Tor jetzt offen. Hier war jetzt, glaube ich, die Abkürzung, ne? Äh, Schlüssel des Inquisitors. Seht ihr? Hier ist er. Wer ist es auch, den wir immer hier hören? Deswegen ist mir das beim ersten Playthrough nicht aufgefallen, weil es das nicht gab. Eben. Ich liebe die Merse, Incarnate, und sie, und sie, die Daughter der Merse, itself. Wie kann ich die anderen mehr als die Heiligkeit, itself? Die Ordnung, ich erinnere mich. Its rule war meine rule, einiges Mal. Der Raum war nämlich bei mir das letzte Mal leer. Jetzt mal gucken, ob der dann weg ist, weil dann geht er bestimmt nach hier. Ja, jetzt geht er bestimmt auch trotzdem in die Kathedrale. Das ist also der zweite Ausgang. Ist nicht viel anders, wie der, den ich hatte. Es gibt wohl noch eine Möglichkeit. Und zwar, wenn man dem, der immer so auf den Boden geguckt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name war, wenn man den an einer gewissen Stelle stehen lässt. Nun war man noch nicht ganz fertig. Ist das wieder so ein Bug. Wenn man den an einer bestimmten Stelle stehen lässt, nicht bis zu seiner Statue mit den abgehackten Zehen führt. Kann man dafür sorgen, dass diese beiden sich begegnen. Dieser Priester hier, der bei Sokoro war und der, der auf den Boden guckt. Wenn die sich begegnen, dann gibt es eine weitere Option für einen Questausgang. Das müsste ich in einem Playthrough nochmal machen. Vielleicht machen wir das mal in einem Stream. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht hier drunter springen, aber das macht nichts. Passiert ja nichts Schlimmes. Die kann man irgendwie sich begegnen lassen. Und die kennen sich wohl irgendwie. Und dann gibt es nochmal einen anderen Ausgang dieser ganzen Angelegenheit. Das ist schon sehr geil, was hier für Möglichkeiten. Ah, ich weiß, was hier kommt. Wollen wir das jetzt nochmal machen? Ja, komm. Und da haben wir ihn. Der Flammendrückkehrer. Okay. Hat verschiedene Bewegungsmuster. Muss ein bisschen aufpassen. Okay, das ist okay. Ah, okay. Da kamen die Flammen danach. Ich muss nochmal gucken, was genau er alles macht. Jetzt weiß ich nicht mehr. Okay, das wusste ich auch nicht mehr. Was macht er jetzt? Okay, dann macht er so einen Sturm. Mehrfach. Yes. Ich kann dann auch nichts machen, wenn er das macht. Wenn er mich einmal in seinem Würgegriff hat. Nicht gierig werden. Okay. Macht er jetzt. Ich versuche gerade nochmal so ein bisschen leise zu sein. Und mich ein wenig zu konzentrieren. Vielleicht können wir ihn ja sogar schaffen. Okay. Entspannt bleiben. Und auch hier gilt natürlich wie bei allen anderen Gegnern. Ich könnte nochmal einen anderen Zauber anlegen. Der wird nicht leichter. Ich glaube, der ist ganz gut hier. Der wird nicht leichter, je weiter man im Kampf voranschreitet. Macht er jetzt? Ah ja, das. Ein bisschen aus. Wenn ich den ersten ausgewichen habe, dann geht's. Hier macht er jetzt. Okay, da landet er mich jetzt um. Da landet er mich nochmal um. Ich sollte mich heilen. Ich glaube, ich habe die Rune angelegt. Bei der ich beim Heilen nicht unterbrochen werden kann. Jetzt macht er das wieder. Sollte mich nicht ganz voll heilen, weil, ihr wisst ja, ich mache mehr Schaden, je niedriger mein Leben ist durch den Schwert drauf. Jetzt hat er mich wieder im Griff. Nee, hat er nicht. Okay, okay. Ah, sieht doch ganz gut aus. Wenn wir jetzt ein bisschen konzentriert bleiben, dann können wir das schaffen. In Kürze. Okay, das war gut. Das war richtig gut. Au, das war nicht so gut. Ja, das ist das Problem. Wenn er einen einmal hat mit dieser Attacke. Jetzt haben wir ihn gleich. Wenn er uns nicht vorher hat. Nicht gierig werden jetzt. Einmal heilen lieber noch. Boah, geht das weit. Scheiße. Jawohl. Hört zu Vers 3. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitfiebern, ihr Leute. Den haben wir schon mal. Habe ich mir echt Sorgen gemacht um den. In einer Folge die beiden Dinge gemacht, vor denen ich mir Sorgen gemacht habe. Neben den vielen anderen Dingen, die ich mir Sorgen gemacht habe. Unsere Schuld wurde übrigens gesühnt. Das heißt, nach einem Bosskampf ist da oben das Gekrissel um unseren Mana Balken auch. Das war doch ein sehr souveräner Fight. Schön. Hat mir gut gefallen. Richtig gutes Zeug. So. Haben wir Quirze. Und da haben wir wieder... Das war. Und da war's. Und da war der Bedeutung. zu der Stake für Heresie. Und die Inquisitors nahmen witness zu den Flames, engulfiert sein Körper in einer atrochische Kommunion von Bedeutungen und Begrüßungen. Aber wenn es übernommen war, und die Flames haben die verletzten, der Merzifel Miracle sie wieder und von ihnen, von den Ashes und Embers, der Körper von Kirse Sie rufen aneinander. Denn feier sind die Wegwege des Miracles. Sorrowful be the heart penitent. Den Transport zum entlegenen Kloster. Der Schlüssel muss aus Silber sein, aber nicht aus beliebigem Silber. Es soll das reinste Silber sein, das es gibt. Bringt es zu mir, wenn seine Schönheit der Bedeutung seiner Aufgabe angemessen ist. Der Steitwagen wird verriegelt. Eure Pferde werden so lange schlafen, wie ich es befehle. Dies ist mein Befehl. Und mein Befehl ist der Befehl seiner Heiligen. Zum Schlüssel gehen wir jetzt ein Stück weiter. Wir haben aber hier noch nicht alles aufgedeckt. Hier unten gibt es noch Dinge zu tun. Aber das... Ah, guck mal hier. Haben wir... Ich habe Angst, dass das jetzt die letzte ist. Blut von Blut. Ich informiere mich mal, ob das die letzte ist. Ich bleibe jetzt sowieso hier mal stehen. Denn wir haben schon wieder lange genug gespielt und einiges viel geschafft in dieser Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Blast Famous. Ich sage bis dahin, macht's gut. Tschüssi.